Ja hallo und guten Morgen, ganz kurz zum Thema OBS, Open Broadcasting Software und Sony Kameras. Wie die Eingeweihten ja alle wissen, kann ich in OBS externe Kameras einbinden. Das geht zum Beispiel über Smartphones und Tablets mit speziellen Apps. Das geht aber natürlich auch mit einer richtigen Kamera wie mit meiner Sony Alpha 7 II. Bislang habe ich es eigentlich so gemacht in OBS, dass ich über Sony Remote eine Fensteraufnahme eingeblendet habe, die natürlich extrem zu beschneiden war, weil ja die ganzen Remote-Einstellungen und all das mit auf der Aufnahme drauf war. Nun habe ich also beim Internetstöbern einen neuen Treiber gefunden von Sony mit dem Namen Sony Imaging Edge Webcam. Gibt es für Windows und für macOS, lässt sich einfach installieren und wenn man das gemacht hat, dann wird in OBS genau diese Kamera angezeigt. Hat einen Nachteil, ich habe also nicht mehr die Steuerung der Kamera vom PC aus, wie bei Remote bekannt. Dafür brauche ich allerdings auch keine Beschneidungen mehr. Und noch ein Tipp an dieser Stelle, wenn ich die Kamera starte in OBS und sie befindet sich im Videomodus, wird kein Bild angezeigt. Also muss man erst einen anderen Modus auswählen, beispielsweise bei mir wie üblich der M, manuelle Modus. Und wenn ich das gemacht habe, drehe ich einfach nur auf Video und in dem Moment ist das Bild da. Und noch ein Hinweis, meine Einstellungen, die ich benutzen möchte im Videomodus, die kann ich natürlich alle vorher oder muss ich vorher einstellen, weil mir die Remote-Option ja nicht mehr zur Verfügung steht. Und vor allen Dingen noch ein Riesenvorteil, bei der Fensteraufnahme hatte ich also eine absolut grottige Latenz von fast 600 Millisekunden. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe jetzt gar keine Verzögerung mehr. Ich habe die Latenz auf 0 Millisekunden stehen lassen in der Standardeinstellung. Und ich glaube, man sieht jetzt auch ganz gut, dass Ton und Bild absolut synchron sind. Ja, das war's schon. Herzlichen Dank. Vielen Dank.